100 folgen lang haben sie es geschafft 100 folgen lang voller lachen und schmerzen 100 folgen lang haben sie es hier durchgezogen und nun haben sie es endlich geschafft sie sind endlich in der 100 folge sie haben sich so lange ersehnt es war so fern aber es ist doch so nah sie haben getan was sie konnten sie taten alles und nun stehen sie dem ende entgegen sie wollen es schaffen sie wollen es tun und sie werden es tun das was sie alles hier aufgebaut haben das wird es sein das war nicht umsonst gewesen und nun nun wird sich alles auszahlen nun werden sie es tun für die zuschauer und für sich selber und auch wenn die meiste zeit naja nicht alles so geil war aber egal sie werden es tun und nun beginnt die epische reise zum ende dieser folge es wird sein es wird sein es wird sein und damit leute herzlich willkommen zur 100 folge von let's play michael ja endlich ist die 100 folge da man alter das was für ein weg was für ein weg das war richtig krass das war richtig krass ja ich habe gerade wolle in der hand was ich gar nicht will womit könnte man in der ersten in der hundertsten folge entschuldigung für den versprecher wohl am besten anfangen als den ersten der zwei endbosse in minecraft zu machen genau das wollten wir nämlich machen und 100 folge wow und er explodiert schon in der hundertsten folge fängt schon eigentlich an alter ich bin immer noch im game mode fällt mir gerade auf da muss ich erstmal ändern game mode survival so wir gehen als erstes den wiverboss klatschen und ich mach erstmal wieder die fröhliche musik an so wie vorher halt immer also leute also ich hab mich echt derbe drauf gefreut zieh deine rütze oh leih hab ich vergessen ja ich hab dieses epische warum geht ihr in den fucking knochen alter ja auf jeden fall wollten wir ja 100 folge ich hoffe euch hat das epische intro erstmal voll gefallen also ich fand die musik im hintergrund ich hab mir nicht ganz angehört nur so zum anfang und die fand ich schon voll gut und jetzt ähm da war die mittel äh mittelmäßig ging die dann voll ab alter und da musste ich etwas lauter reden hat man mich noch gehört hat aber ich fand äh ich hoffe es hat euch gefallen und jetzt ist die 100 folge endlich da eine stunde lang ja wie versprochen und auch wenn es nur bestimmt irgendwie paar aufrufe bekommen wird für uns hat es etwas gebracht ja auch wenn nur paar leute sich das angucken auch wenn es nur ein paar aufrufe haben wird es ist einfach ja die 100 folge für uns und auch für euch und wir werden ihn jetzt spawnen lassen fuck aber äh ja warte pass auf bevor du den letzten kopf setzt ja erstmal richtig aus ja ich muss erstmal meine tränke meinen stark tränke der stärke nehmen nehme ich erstmal okay wir nehmen die Apfel so weil er okay meine schneller ist jetzt fertig ja okay ich nehme den tränke der stärke und rüste dann noch einmal schnell ein aus dann mache dann mach da ist er weg 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 hier der stimmt ja hab ich mal vergessen und hier ich hab auch noch so schlubflasher gebaut so jetzt exklusiv jetzt rauf 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 loll alter wie der direkt abgeht loll der nimmt aber der ist aber schnell weg ja komm Alter nur ein bisschen noch tot so muschi loll alter wie schnell das auch ging das war aber nur wegen tränke der stärke ich hab den nether cube gut so äh hast du einen Erfolg dafür bekommen ja ne ne oder ne werfen wir zu mir zu vielleicht kriege ich einen nein auch nicht ja gut kannst du ihn behalten weil du ihn bekommen hast und ich hab das Anzeichen für den nächsten weißt du grad mal 5 minuten auf den counter schon haben wir ihn geklatscht Alter ich hab gedacht das ist ja so voll der spannende fight so wie euch die tizi die den einfach nie so bekommen und wir klatschen einfach direkt weg weißt du auch noch mit so ja das waren aber jetzt die tränke der stärke einfach nur das haben die gemacht würd ich sagen auch gut also wir wollen jetzt eine stunde machen und äh wenn wir den ender dragon jetzt so schnell klatschen ja richtig schnell zu ihm sind also es wird doch keine stunde aber aber es wird wir hoffen mal es wird länger gehen als ja als 15 minuten bestimmt wird es länger gehen ich mein wir könnten jetzt noch mal kurz gucken was wir jetzt noch machen könnten jetzt eigentlich schnell vielleicht gibt ja noch irgendwas wir könnten einfach noch mal rund gehen stimmt genau wir werden jetzt ja wir werden jetzt noch mal alles rund gehen wir wollten jetzt erstmal den Wolver dann haben wir erstmal das hier schon mal geschafft leider äh schließt uns jemand ab ach da aua skelett und wir werden jetzt einfach mal rund gehen ja und ich werde vielleicht noch am ende vielleicht noch irgendwie so ein paar screenshots raushauen ähm ich mit trauriger musik unterlegen ja irgendwas werde ich noch ermitteln ich werde noch ein paar ich werde noch ein bisschen was ne ich werde mich zu dir tippen sag einfach an ne äh ja ich habe dir extra Kappe zu nehmen so da bin ich auch ähm ich werde einfach mal ein bisschen so geschnittene Szenen wir reden grad voll ineinander was wirst du sagen wir fangen einfach jetzt vor der Wunsch und gleich im Häusern ja wir fangen einfach mal an wir werden einfach mal zeigen was wir alles geschafft haben also bei mir hat man es jetzt eigentlich immer gesehen aber ja bei Sven eigentlich auch gut aber wir gehen einfach mal bei Sven hin so was haben wir denn hier ich bin gleich mit dem Haus an ich bin halt am Anfang gebaut nach Fingern ging ja die Etage wo ich meinen Zaubertisch aufgeschlecht sehen wir auch die Arbeit die GIF-Post habe ich den ganzen Büchern fahren ja mein Keller dann halt ich glaube ich glaube ich glaube weil ich es zu kalt ach kalt what the fuck weil ich so laut geredet habe hört man dich jetzt ein bisschen leiser das ist scheiße echt das ist blöd warte ist so besser? sag mal was ja hallo ne es ist irgendwie schlechter geworden dem war es noch besser weil ich ja grad ich hatte eben ein bisschen sofort mein Miet-Info weggetan also ein bisschen weiter bis man nicht hört ja da bin ich halt jetzt was leiser gut ähm auf jeden Fall was wollte ich noch mal grad ich wollte gerade irgendwas noch sagen auf jeden Fall genau ich werde dann halt am Ende so falls irgendwie noch ein bisschen Zeit bleibt werde ich halt noch ein paar Szenen aus den alten Folgen reinschneiden mit so grau äh grau halt so alles weißt du traurige Musik dahinter und lustige Szenen werde ich dann auch noch ein bisschen ablassen stimmt wir können ja unsere Pferde mal nehmen ich werde mit Epona ins Ende reiten so Sollen wir die mal mitnehmen mit dem End, Alter? Ja, kommen wir nie mit denen hin. Ich werde mein Pferd vor dem End in die Freiheit entlassen. So, wer ist dein Schwanzkopf von euch? Ach du bist Schwanzkopf, gut. So, dann würde ich sagen, auf zum End. Ja ne, wir wollten ja jetzt noch mal kurz gucken. Ja, hier, alles. Wir gehen mal ins Fans Hotel rein, was er nicht fertiggestellt hat. Ah, komm, das soll jetzt nicht... Ja, vom Wegen, das ist sehr wichtig, aua. So, gucken wir mal. Also, wir haben hier einmal den Pferdestall hier vorne. Ja, genau, das sind alles Pferdestall. So, hier oben ist auf jeden Fall erstmal so ein bisschen so, halt, ne? Ihr versteht was ich meine? Ja, hier oben wollte ich eigentlich noch so einen Garten machen. LOI! Fuck, ist er runtergefallen. Ja, ich komm hinterher. Wuuu. Ach komm ey, die regenerieren locker easy, Junge. Ja, unsere Arena, die geile, Junge. Wir werden auch die, 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 die... Wir werden auch die Neverfestigung in die Luft jagen nur mal so am Rande. Das können wir auch noch machen. Ja, ja. Können wir auch machen, ne? Wir werden auf jeden Fall alles in die Luft jagen, stimmt, das wisst ihr auch noch. Also, hier wird einfach nur ein Garten entstehen. So, wo bist du? Ach, da bist du. Einfach mal Richtung Endzeit. Ja, 100 zur Folge, was will man sagen? So weit haben wir es geschafft, auch wenn Leute einfach... Es kamen viele Kommentare und ich will einfach nur mal sagen an alle, die gesagt haben, gute Videos und uns unterstützt haben, auch mit Abos und so. Aua! Will ich einfach auch mal Danke sagen, ja? Leute, ich komm hier einfach nicht... Oh nicht, Alter, das ist voll schwer. Ich will auf jeden Fall Danke sagen an die Leute, die uns unterstützt haben, auch mit Abos und, äh, mit Kommentaren und mit Likes. Danke an euch auf jeden Fall, so viel steht fest. Wo bist du? Ach, egal, ich hoffe. Ich bin Richtung... Richtung... Ach Gott, Alter, mit dem Pferd ist ja voll anstrengend durch Wälder zu laufen, ey. Äh, haha. Das ist richtig ass... scheiße... Nicht assi. Fuck, ey! Boah, Alter! Schon wieder hier unten! Also, ich bin an dem Sandstrand, den ich letztens richtig, äh, missbraucht habe, sag ich jetzt. Boah, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ne? Wie ich da jetzt hinkomme. Alter, wie das hier aussieht! Wie das aussieht! Wie das aussieht! Ich komm hier nicht weg! Mann! Loll! Ja, das Stück musst du jetzt schaffen. So, an dem Sandstrand. Boah, ich hoffe, ich laufe nicht richtig. Du musst einfach mal sehen, wie ich die mit meiner Diashaufel missbraucht habe. Da! Guck mal, wie ich die mit meiner Diashaufel missbraucht habe. Ach du Scheiße! Ich hab die da einfach zerfetzt, ey. So, wo lang jetzt? An der K... Sind wir ja echt hier lang? Ja! Ach komm, Alter! Oh, leu! Aua! Wie kann man doch mal schneller mit den Sprinten? Das ging doch irgendwie. Äh, doppel. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Echt? Also, was kommt mir grad zu schnell davor? Witch! 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 Ach komm hier, die kann nix, ey. Nix kann die, Alter! Ja, Peter! Wer Peter war ist, Alter! Der Bär! Ich glaub, wir sind falsch hier. Nein! YOLO! Wuuu! Alter! Ich glaub, wir kommen nicht mehr hoch. Ach komm, YOLO, Alter! Schaffen wir, Alter! Lockerpferd, ey! Komm! Geh mir! Wettkampf, Junge! Ach komm, Junge! Jetzt mach mal hier! Der Wettkampf geht an mich, Kollege! Niemals! Ich bin schon oben! Ach ficken, ey! Jetzt streng dich nochmal an, Schwanzkopf! Ich bin da! Ich bin da! Wo denn? Wo bist du? Ey! Ich bin am Ende! Wo denn? Ich hab dich voll verloren! Da! Okay, Epona, war schön mit dir! Aber ich bring ihn um, Alter! Ohne Witz! Sorry! Nein, meinen lässt du am Leben! Ja, durch, äh... Nee, Sven! Komm, Epona muss sterben! Nein! Letzten Endes wird sie eh verricken! Sven! Ist mir egal! Ich will damit... Nein! Sven! Mach jetzt nix unüberlegtes! Es ist nur zu deinem Besten! Es ist nur zu deinem Besten, Sven! Es ist nur zu deinem Besten, Sven! Nein, wenn du das tust, ich werde dich ums Endschutz! Aufhören! Sven, wir sind doch Freunde! Wir wollen doch... Aua! Drei Herzen ziehst du mir, ne? Nur mal so! Lass mein Pferd in Ruhe! Lass mein Pferd in Ruhe! Einfach runtergehen! Los! Boah, gut! Alter, kein Spaß, ey! Hä? Wie kommen wir denn hier runter? Hallo, ja, ja! Guck mal! Hier runter, Mama! Ich hab keine Schaufel dabei! Ich muss erstmal meinen Crap entleeren hier, ja? Sag ich, ne? Le... Ich komm dir einfach hinterher, ja? Lass mein Pferd in Ruhe, Junge! Ich weiß, ob du da was machen willst! Epona! Nein! Boah, Junge, Alter, du bist nicht fast! Ich mach doch gar nichts! Ich schwöre, es lebt noch! Es ist auch Videoaufnahme! Ich wüsste, ich würd mir das reinziehen, ne? Ja, mach das doch! Aber das machst du nur wegen dem epischen Intro und wegen Epona! Bist du da? Ja, eben! Ich tp mich! Ja, ja! Und? Ich weiß nicht mehr, wie es lang muss! Ah, ich weiß noch! Leu! Hier war ja ne Mine! Fuckin' hell! Nee, hier ging's nicht lang! Warte, das war direkt hier eigentlich in der Nähe sofort! Ich glaub da lang! Da! Hier! Oh, da war ne Lore! Boah, die haben wir voll übersehen, Junge! Ist einer da drin? Nein! Ach! Fünf Brote und irgendwas noch! Ach, da! Ach, die Milch brauch ich jetzt nicht mehr! Warte mal ganz kurz! Ach, macht der keine Diggins? Status Effekte der Diggins? Nee, nee! Direkt mit Kabelstone! Ich hoffe, du hast Kabelstone dabei! Warte! Nee, ich hab keinen! Da ist ein Stack! So! Warte! Warte! Ich muss kurz alles mich hier ordnen in meiner Schnellleiste! So! Wofür denn? Ja, damit wir uns direkt drüber bauen können, wir spawnen auch einfach mitten in der Luft, ne? Ach so! Wo bist du? Ach, da bist du noch! Ich will jetzt nicht noch ein Zombie-Brain! Ach, da sind wir auch schon! Ey, Silberfische sollen in der 1-8 anders aussehen, ne? Nochmal so! Okay! Erstmal essen! Erstmal essen! Puh! Puh! Also! Wir stehen hier vor dem finalen Kampf! Also! Erstmal die Heiltürme zerstören, ja? Also! Drei! Pass auf! Warte! Warte! Ich werd erstmal... So! Es ist an! Aber warte! Und nicht reingehen! Ich werde mir noch... Ich werd... Ich zieh mir erstmal ein paar Trank der Stärke rein! Erstmal! Ne, mach ich noch nicht! Ja, obwohl wenn ich drin bin, kann ich das machen! Direkt, direkt, äh, Dings zubauen! Also 1... Loh! Stop! 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 Hab ich ja vergessen! Ich dachte, warum hab ich Kabelzone in meinem Militar? Da hab ich das einfach weggeworfen! Militar! Also! 3... 2... 1... Oh mein Gott! Das Ende! Das Ende! Wo sind wir?! Nein! Ähm... Warte! 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 Fuck! Ich hab keine Spielsacke! Okay, wir sind im End, Leute! Brauchen wir Kabelstone immer noch, oder? Ich weiß nicht! Kann sein, dass wir so eine einzelne Insel sind! Halt's lieber mal bei, falls du dich irgendwie einen Türmen hochbauen musst oder so! Okay! Ah, jetzt sollen hier voll viele Ender am Ende sein, Mann! Da! Okay! Wir sind da! Let's go! Oh! Ja, dann brauchen wir den Kabelstone nicht mehr! Ja! Ja! Am besten keine Ender mehr haben! Hast du nicht Infinity Bogen?! Ja! Aber ich... Ich hab das nicht alles... BAM! Ich treff das Teil nicht! Das muss ja schon zielgenau sein! BAM! Ey, wir sollten am besten die niedrigen als... Ich mach die niedrigen als erstes, du hast ja Infinity von, naja! Ich treff das nicht! Ja, geht doch! Ja! Ja, das war jetzt der höchste von allen, ne? Nur mal so! Den ich gemacht hab? Ja! Ich hab schon voll viele weggemacht! Da ist er! Oh, der Ender Drache! Noch nicht abschießen am besten! Warum denn? Äuter! Ja, der sich doch eh heilt! Guck mal, wie viele Türme da hier noch sind! Okay, der Endkampf findet statt! Scheiße, da ist noch einer! Du Nutze! Ach, Leute, der ist schon... Ach, der ist schon weg! Ist da oben noch einer drauf? Hast du den Großen denn schon weggemacht? Ne, der ist schon... Wo ich bin... Ja, da bin ich noch nicht dran! Ah! Knapp vorbei! Wie fast jeder mit dem Bogen sitzt! Da! Was ist der? Oh! Er hat mich gehintet, Alter! Weg da! Du kleiner Bastard! Alter! Hast du eigentlich mal den Hintergrund angezogen... Äh... Reingezogen, wenn du einfach mal durch die D... Also Richtung Nichts guckst? Da sind da so... So... Bei mir sind da so... Wie Obsidian! So wie in so einer riesigen Obsidian-Welzung! Echt? Ja! Bei mir! Meine Frage! Die, die brennen, da ist nichts mehr drauf, oder? Die, die einfach nur brennen, oder sind keine Kostalle drauf! Ne... Ich glaub wir haben alle! Ne, der, der ganz in der Mitte! Der ganz in der Mitte! Die Dicke? Ja! Den haben wir noch nicht! Eins? BAM! Ah, ich hab... Ich hab's! Ich hab ihn auch! So, jetzt haben wir alle! Und da sind die... Und da sind die brennenden doch noch aktiviert! Nein! Okay, jetzt... Jetzt auch! Wir werden ja sehen, wenn der irgendwo vorbeifliegt, ne? Doch! Da ist noch einer! Ich glaub der ist weg! Oh, gut gemacht Sven! BAM! Ja, okay, ich hab mir das etwas epischer vorgestellt, aber... Das ist eigentlich egal! Bloi! Ich hab ja noch einen Vertrank der Stärke! Mach ich mal, Alter! Hast du ja nicht fein gefühlt? Ne, jetzt doch! Warte, auf einmal stand plötzlich ein Enderman vor mir, ne? Komm schon! Ja! Jetzt haben wir ihn! Ach, scheiße! Ja! Sauber! Weiter so! Oh Gott, Alter! Die läuft gerade mal 20 Minuten, die Folge! Wie? Gerade 20 Minuten? Ja, ähm... Warte, ich glaub wir... WTF, was macht er denn? Ja, wenn wir die ganze Zeit hitten, dann weiß ich nicht wohin... Jetzt weiß er wieder wohin! Oh Junge, ich will die EP von dem haben, ne? Ohne Scheiß! Ach, Pfeile! Ich hab nur noch 23, ne? Nur mal so! Okay... Fuck! Muss ich das wohl gleich alles machen? Na, das ist so geil! Ja, das ist so geil! Mist! Ich hab dir alles gegeben, was ich hatte! Boah, ich hab den getroffen, Alter! Heftig! Das war ein Pfeil, der eigentlich vorbei gegangen ist! Das ist so geil! Das ist so geil! Das ist das erste Mal, dass ich so richtig das Ende gerade spiele! Wenn ich ehrlich bin! Ja? Ja! 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 Das ist wirklich das erste Mal gerade! Ja! 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 Nee Also wenn ich jetzt an Endermänner sterbe, ne? Hier, ey, lass mich gleich mal mit dem Ganzen fahren und mal gucken wie viele Level man Cool Echt scheiße jetzt grade, bei mir Alter, schreib den nicht mehr Ja Kann ich mal mit dem Bogen schießen? Nein Sven Komm schon Das ist mein Ultrabogen Ach man Okay komm ich bin nicht so, du lässt mir ja die Erfahrung Was? Na egal Ja, ich hab's gesagt du lässt mir die Erfahrung Wo ist denn der? Ich seh den gar nicht Der ist hier hingeflogen Wo? Oder? Wo ist der? Wo ist der? Wir haben den aber nicht besiegt oder? Nein Kannst noch So ich nicht achte Hä? Da 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 Warte, der kommt angeflogen Ja ja Komm mach nen Sturzflug auf die Hunde, ey Die hat schon da hinten gammelt wegen der Erfahrung, weißt du ich meine? Nein Nein Ja Wir haben's geschafft, das Ende ist Wir haben den Änderndrachen besiegt Ja man Alter Alter Oha Oha Ach du Scheiße Wir haben jetzt die ganze Erfahrung gesnackt Oha 64 Level und ich war auf Level 2 Warum greift mich jetzt ein Enderman an? Wie er sagt, ich lasse dir die Erfahrung kapitzen Warte mal was ist denn da oben jetzt? Äh äh Enderdrache ne? Da ist das Drachenei ja Baus ab Geht nicht Kann man nur mit dem Pisten Halt's maul, ist aber auch Guck, das kann man wirklich nur mit dem Pisten, guck Guck Und was mit dem Diamantspielzackel? Das kannst du nur mit dem Pisten bauen Guck, warte Tatsache Warte Warte Redstone Entpisten Ton Einen Schalt Aua Was ist denn das, warum werfen die mich an? Aua Aufhören Damit ist das, äh, ist der Enderdrache besiegt, aber mal ohne Witz Äh, sollten jetzt nicht Credits kommen oder so? Warte, warte Erst wenn denn? Ja, erst wenn wir da rein spüren Du baust das ganz schön falsch, du musst dich hier von der Seite hinstellen Jaaaa, ist mir auch grad klar geworden Boah ey, ohne Witz, die blöden Endermens, ne? Gib mir das Ei Und jetzt? Ja, jetzt hast du das Ei Und dann? Jetzt kannst du das mitnehmen und über dir zuhause aufstellen Und was dann? Was haben wir dann damit? Ja, dann haben wir das einfach, dass das ein Gegenstand, den du nur einmal kriegen kannst Und ich hab Dragon Egg Und Never Cube Na, gib mir wenigstens den Never Cube Hau rein Bruder Spassi Ähm, und wie kommen wir jetzt wieder zurück? Einfach Jetzt, jetzt gehen wir mal ein bisschen steinig, ich kann mich nicht mehr hochbauen, man Alter, du bist ein Arsch Was siehst du von mir? Ich baue dir seine Brücke, Alter, du bist ein Arsch Und Wir haben damit Das Ende erzielt Loll, ich hab die Credits übersprungen, das wollte ich gar nicht Ich weiß Gut, Leute Wir haben Das war die 100 zur Folge eigentlich Und zwar haben wir jetzt damit eigentlich nur Ähm Ja, das kann ich gerade nicht sagen, wie viel Also ungefähr 25 Minuten, glaube ich Wenn ich richtig gesehen habe Ja, 25 Minuten sinds geworden Ich wollte eigentlich eine andere Musiker machen, jetzt sind die Credits weg Aber gut So ist es nunmal Und ähm Jetzt wird alles Und jetzt wird alles in die Luft gejagt Da ist so ein Dings Warte, warte auf mich Da ist so, äh Dialog Ich sehe die Spieler, du meinst Syvester Ja, take care Es hat einen höheren Level jetzt Es kann unsere Talks lesen Das ist egal Es sind Dinge, wir sind Teil des Spiels Ich mag diesen Spieler Ich spiel Ich spiel Ich spiel Ich spiel Ich spiel Okay Ich kuck mal Das Reading aus Das ist voll geil. Komm, ich überspring das auch. Überspring nicht mal. Sooo, meine... Ähm, Sven, die sind so blöd. Ich weiß jetzt, warum wir keinen Erfolg bekommen haben. Wir mussten erst den Ender Drachen und dann den Weaver killen. Weil den Erfolg haben wir noch nicht. Dann, wenn wir den Weaver gekillt haben, kriegen wir den Erfolg. Mit dem Never Cube kriegen wir dann den Erfolg. Und wenn wir den Leuchtturm, also diesen Beacon da bauen, dann haben wir alle Erfolge freigeschaltet. Und das war eigentlich auch unser Ziel. Alle Erfolge haben. Dann haben wir gesagt, entweder machen wir das so oder so. Komm, scheiß jetzt drauf. Wir haben im Winter geklatscht. Ich würde den nochmal gerne klatschen, Alter. Nächste Season wissen was. Ja, jetzt wird alles gleich in die Luft gejagt. Aber ich finde, es war eine sehr geile Season, muss ich sagen. Wir haben echt viel gelacht. Und wir hatten auch mal Momente, wo wir uns auch immer, ähm... Naja, gegenseitig irgendwie wollten wir uns einfach nur umbringen und haben uns gehasst. So, jetzt wird TNT platziert überall. Ich glaub, wir crashen den Server, oder? Wie? Was meinst du? Ne, glaub ich gar nicht. Der ist schon, der ist eigentlich, ähm... Der kann einiges eigentlich. Lass das mal alles so verbinden. Ja, ich mach das mal zu meinem Haus. So, jetzt jagen wir alles in die Luft, Leute. Und dann, naja... Aber erstmal... Die Vorbereitung dauert länger als der Spaß. Genau. Das an... Leu. Das mit den Druckplatten musst du auffassen, Junge, ne? Äh... Ach, hast du schon was aktiviert? Ne, zum Glück nicht, Alter. Das war aber knapp. Deswegen geh ich auch immer... Ich mach auch die... Äh... Seiten der Deck kaputt. Ach... Müsst du mir mehr. Warte, ich hab mal ne bessere Idee. Ich hoffe, Leute. Es hat euch auch sehr gefallen. Diese Season. Und jetzt haben wir schon ne halbe Stunde. Voll. Oh. Ach Gott, Alter. Ich will gar nicht aufhören, wenn ich ehrlich bin. Aber das nächste Projekt wird, glaub ich, sein Gary's Mod, wenn ich mich nicht irre. Möglicherweise. Oder wir kriegen die, äh... ganzen Hunger Games Sachen alles hin. Boah, ey. Weißt du was, auf was ich mich voll freue? Was ich dir eigentlich noch erzählen wollte in den anderen Folgen. Ähm, auf... Hast du schon den Trailer gesehen? Zu, äh... COD. Advanced Warfare? Äh... Ja. Von mit Kevin Spacey, Junge. Wichtig geil. Boah, Junge. Ohne Witz. Oh, ich freu mich irgendwie auf das, äh... COD. Das ist ja, äh... Das soll ja irgendwie sowas wie Modern Warfare werden. Also es ist, äh... Ich freu mich schon mal da drauf. Vielleicht. Ich weiß gar nicht wann das rauskommen wird. Bestimmt erst Ende des Jahres. Oder vielleicht erst nächstes Jahr. Und wenn das rauskommt, dann wird das, äh... Auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob... Auf jeden Fall hol ich mir das dann für den PC bestimmt. Irgendwann mal. Und dann... Wird erst mal... Ja... Privaten Matches oder so. Vielleicht mit den anderen. Vielleicht holst du dir das ja auch, Sven. Wer weiß. Und, äh... Und, äh... Online und so alles. Darauf freu ich mich auch. Und, ja... G... äh... G-Mod, also, ähm... TTT, Trouble in Terrorist Town. Wird auch noch. Darauf freu ich mich erst recht. Oh ja, das wird lustig. Oh ja, Mann. Äh... Aber dafür brauchen wir erst mal... Wir brauchen erst mal Counter Strike Cats. Außerdem, was soll ich denn nochmal mit den 20 Euro machen, die du mir gegeben hast nochmal? Ja, ding. Ich... Ich will dir eh nochmal 20 Euro geben müssen. Äh... Gary Smog und alles. Ah, schuld. Wird ich doch lustig haben. Sache, ich hab die. Kann ich dir morgen geben. Ja, dann hol ich... Dann hol ich, ähm... Für 30 Euro Paysafe, ne? Weil, es gibt ja so'n Angebot halt. Und die anderen 10 Euro sind halt Verlängerung. Ja, wir müssen den Teamstreekserver nämlich verlängern. Ja, auch hier den Server... Da kommen ja eh noch die Hunger Games und alles noch. Stimmt, das stimmt doch gar nicht. Wir müssen ja gar nicht erst verlängern. Den hab ich ja auf 90 Tage gemacht. Der ist ja noch voll lange hier. Ja, aber wie... Ja, wir werden ja nicht eine Season-Seite machen. Deswegen mein ich ja. Ja, aber jetzt nicht sofort, oder? Ich mein ja. Ja, das ist mir ja klar. Wir werden ja sehen. Also, den Server werden wir auf jeden Fall nutzen für Dingens und so. Für G-Mod und so. Ja, für die Hunger Games und alles. Ja, G-Mod und Hunger Games können wir ja auch alles benutzen. Oh, Junge, ich geh in die Mine, ne? Also, ich mach dann ne Zündschnur in die Mine rein. Och, da ist ein Enderman. Ey, wir haben grad den Enderdrachen geklatscht. Bist du fröhlich? Ach, jetzt mal. Wir schon. Boah, Alter, mein Haus wird einfach nicht mehr existieren, Alter. Vielleicht bringen wir ihn wirklich zum Crashen vielleicht nen Server. Ich hoffe aber nicht. Oh, doch. So viel Arbeit, Junge. Und Wasser ist gleich alles weg hier. Oh, Junge. Hier, vor meinem Hotel ist Dings. Ähm. Der Weg, wo wir angefangen haben, zu strip meinen. Ah, okay. Ah, ne, noch ein Stück weiter. Das würde immer in ein Hotel. Fuck, Alter. 162 Liga, bald nur noch frei. Schafft nicht. Wenn die Aufnahme unterbrochen wird, also automatisch wird er die unterbrechen. Dann weiß ich schon wieder. Dann mach ich erst mal auf die andere Festplatte noch. Dann wird so ein kleiner Cut entstehen, aber das wird nicht so schlimm. Boah, stimmt doch. Die Leberfestung müssen wir auch noch, ne? Ah, ja. Mein Hotel. Ja, dein Hotel auch noch, Junge. Ich bin gerade mal fast fertig mit meinem, äh, hier. Ach so. Mit meinem Haus hab ich fertig. Ich hab dein, äh, Mini-Haus hab ich fertig. Ja, ich muss noch ein bisschen mit dem Ding jetzt machen. Aber wir müssen noch Mappli und Jens Haus sprechen. Ja. Schön, dass die es verpasst haben, aber naja, ihr Pech würd ich sagen, ehrlich gesagt. Ja, okay, wenn die nicht können, aber naja. Ja, okay, Jens konnte nicht. Ja, ich bin vorne rein, klar. Ja, okay, Jens konnte nicht, aber trotzdem. Ich mein, wenn die sich beschweren. Ja, was wollen die machen, Alter. Ich mein, Manfred, ist das eh, glaub ich, egal, oder? Ja, das ist ja nicht so prima. Also, okay, ich mein, er hat sein Haus gewonnen. Ey, Enderman, warum klaust du mir den T-T-Block hier weg, ja? Fick dich. Ah, jubel. Fick dich. Nichts fertiges Hotel wird einfach streng. Ach, das ist für einen guten Zweck, Junge. Weil... Wollen wir. Ich muss kurz die Musik ändern. Ich will irgendwie, dass die jetzt die eigentlich die ganze Zeit nur läuft, weil die so ein bisschen, naja... Wir müssen das eh noch alles verbinden. Ich würd sagen, wir machen also ne ganz große Schnur nach oben. Und wir dann anfangen, hier oben zu ziehen. Ja, von der Mine, oder? Oder? Achso, ja, da hab ich ja schon eine angefangen. Ja, ich mein ja, von der Mine aus... Also, vor mein... Vor mein... Vor meinem Hotel, da kommt einer aus der Erde. Die hab ich übrigens in die Mine gezogen. Ja, gut. Und da... Verbinden wir auch... Ich würd... Ne, ich weiß... Ich weiß, wo wir anfangen. Wir fangen von dem Ender-Portal an. Am besten, oder? Weil das ist so die Mitte eigentlich von allem hier. Weil da hab ich auch schon so ne Linie zu meinem gemacht. Weißt du, ich meine? Oder, keine Ahnung, wir fangen... Oder so. Du fängst in der Mine... Du meintest, Nether-Portal. Ich grad so... Ender-Portal. Ich so... Wie weit will der das bitte machen? Ach, hab ich Ender-Portal gesagt? Ja, ich... Ich erst mal sehr okay. Und ich so... Moment. Na, also ich meine, äh... Never-Portal halt. Und du fängst in der Mine unten an, ja? Und ich fang... Ich hab schon eine Schnur an die Oberfläche gelegt. Deswegen ist... Ja, ja. Ja, dann machen wir das eben von dort aus. Ist mir egal. Ich meine, halt so gleichzeitig anfangen. Du fängst da an, ich fang hier an. Ne, wir machen das. Also ich bin dafür, dass wir das irgendwo an einer Shell von mir aus am Nether-Portal starten, damit das dann alles gleichmäßig integriert. Die eine Seite geht dann irgendwie zuerst, oder so. So, die Arena wird auch gerade... Schön, voller TNT gemacht. Ich seh's. Die müssen auch deine Tiere springen. Ja, ja. Das mach ich gleich schon. Boah. Also die Aufnahme wird auf jeden Fall ruckeln, Alter. Dafür kann ich leider dann nix. Aber das ist dann wegen dem TNT hier. You don't say it. Boah, Junge. Das war die Rache eben für mich. No effect. Ja. Das stimmt aber auch. Boah, Junge. Außenrum vom Hotel noch bei dir noch alles hier machen, Alter. Wo bist du denn eigentlich gerade? Hinter dir. Auch recht. Mach schon. Du hast noch ein paar Räume, glaube ich, vergessen, oder? Nein. Nein, echt nicht. Du bist aber auch ganz schön sparsam mit dem TNT, ne? Ja, ich hab keinen Bock, dass überall da so... Ah, hier! Hier hast du den Rauf vergessen. Sag ich doch, Alter. Welchen? Den ganz rechts vom Hotel aus, wenn du vor der Eingangstür stehst. Den mach ich gerade. Ach, den rechts. Achso, ja, stimmt. Hast du auch die obere Etage? Ja. Ja, das will ich erstmal nachgucken jetzt. Ich hab doch gedacht, das Dach, das ist super. Oh ja, hier ist genug TNT. So, meine Tiere jetzt erstmal wegspringen gehen. So, ich geh da mal Richtung Manni. Ne? Mach mal da hinten alles. Oh, Junge, die Aufnahme ruckelt gerade voll, Alter. Nur wenn ich irgendwo traciere, ey. Holy shit auf dem Mother. Mein PC, der ruckelt nicht, Alter. Das finde ich heftig. Irgendwas schüttert nicht Sven, ja? Ich bin doch bei dem vorne-PC. Ich hab mich die ganze Zeit angelögt. Aha. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich schmeiß erstmal meine Sachen hier auch alle weg. Die kriege ich im Inventar habe. Und werde die mit explodieren lassen. Und werde die mit explodieren lassen. Nein, nicht das DNT. Das wollte ich nicht weg. Ja. Okay. Wir nehmen jetzt schon seit 40 Minuten auf. Sehr gut. Dix-Story nimmt immer noch auf. Äh. Aber wie lange noch? Ach, ja. Ich glaub das schafft der drauf. Oh, die Festplatte. Ach, wie die Kühe jetzt abhauen wollen alle, Alter. Nur weil ich TNT platziert habe. Jetzt können die da schön über die Zäune springen da drauf. Die Tiere sind schon schlau hier, Alter. Das muss ich schon sagen, ey. Wenn die ne Möglichkeit siegen irgendwo rauszukommen, dann gehen die schnell. Weißt du? Guck mal, Alter. Jetzt stehen die alle da hinten. Aber... So nicht! Ach, mach das Innenanrichtung natürlich ja noch. So, das wäre eigentlich schon geschafft. HÄH! Es ist ne Kuh in Anfrieds Haus. HÄH! Die war einfach im Dach. Ey, du weißt schon, dass du ähm... zwei weiße Pferde bekommen hast, ne? Ja, Mann. Voll krass, Alter. Epone Junior, Junge. Ich mach mal bei Jens, ne? Ja, ich bin grad bei Manni dran. Ich wette, die wollten noch irgendwas bauen an ihrem Haus. Also, besonders Jens bestimmt irgendwie. Aber wir sprengen denen das jetzt alles, kann alles weg. Weißt du mir, egal mir das. Oh Mann. Weiß, Manni hat jetzt so ein Lager gebaut, wo der, äh... 90% seiner Truhen leer hat. Ja, so läuft das Junge, Alter. Wofür machen wir denn sonst nen Lager, ey? Aber nen Brauchstand hat der auf jeden Fall. Den hab ich ihm, glaub ich, gegeben, Alter. So, Manni ist Haus, hab ich keinen Bock mehr. Ja, Manni, mach das mal katschen hier rein, Alter. Immer schön auf die Druckplatten auffassen, ne? Äh, dann haben wir alles, ne? Ne, ich bin noch bei Jens kurz zum Muschmachen. Ja, ja. Und die Neverfestung machen wir danach, ne? Ja, komm, meine Hüterbatterie, lass ihm zu da einfach jetzt auf die Zeit kommen. Dann sollen wir die auch machen. Hüterbatterie? Ach stimmt, Alter, die hab ich ja voll vergessen. Ja, das hab ich auch grad erst gesehen. Ja, mach du die... Nein! 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 Scheiße, ich hör dich nicht mehr, Sven. So, wir sehen hier, was passiert. Gib mal zu Manni's Haus, gib mal zu Manni's Haus. Ich seh, Alter, das muss alles nachladen. Bei mir nicht. Ach du Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Deine Hüterbatterie lebt doch noch. Wuuuuh. Ach du Kacke. Alter. Ach, der hätten explodiert immer noch was, sagste. Ist keine Verbindung gesetzt! Oder? Ja. Alter! Boah, Sven, sorry, ich hör dich leider nicht mehr. Meine Hörs! Komplett... Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das geht gar nicht, Leute. So nicht. Was denn? So nicht! Wenn das hier einfach so bleibt, ja? Aber so nicht, ja, mit mir. Was denn? Das Stück hier, oder was? Ja, das geht gar nicht, Alter. Lol. Scheiße! Ach egal, ey. Warte, wo stand jetzt dein Haus? Also das erste. Hier, wo ich gerade bin. Ach nee, das erste, das ist, äh... Lol, das Neverportal ist kaputt, ne? Ja, das ist aus. Ach so, Alter. Das stand hier. Hier ist sogar der Krater noch, ne? Den haben wir voll... Ja, genau, weil ich... Ich wollte gucken, wie das runtergeht. Oh, lol! Da, genau. Alter! Ja, genau. Ich hab hier ne Schnur runtergelegt. Dann geht's irgendwann hoch. Oh, lol. Ach du... Hier geht's hoch. Wo? An der Lava. Wo geht's denn hier hoch? An der Lava hoch. Ah ja, stand, Tatsache. Warte, hier ist noch ein Strip, mein Gang. Scheiße, scheiße, Alter. Wie sich einfach so viel Arbeit in Luft auflöst. Ja, Mann. Ein Pferd von dir hat überlebt. Echt? Ist der einzigste Überlebende. Ach du Kacke. Nicht mehr lange. Ja, so nicht, ja. BAM! Ja! Wuuu! Haha! Bam! Tja, wir sehen, Leute. Mein Haus steht noch. Mein Haus steht noch. Echt? Ja, guck doch. Oh, lol. Haha, da müsste meiner ja auch noch da sind. Und die Farm ist auch scheiße, Leute. Ja, das stimmt, Alter. Tja, so schnell kann's gehen, Leute. Alter, komm. Guck mal, hier ist alles nur ne Ruine, Alter. Ja. Ach du Schlau. Wie das hier mal vorher aussah. Ja, Mann. Ich will mal Mannis und Jens Haus gucken. Äh, bei Jens wieder alles geflutet ist. Witzig, ich, ich. Genau, ich mach jetzt ein Foto, schick das Jens und sag dein Haus. Äh, nun mal so. Da, wo du die Linie nach oben gemacht hast, ne? Da war ja der Lava-Ding ins, ne? Ähm, diese, diese 4x4 Lava-Ding. Ähm, für... LOL! Was da noch überlebt hat, Sven? Was denn? Unsere, unsere Dingens-Höhle, wo wir uns verschanzt haben am Anfang. Ja, Mann. Alter, die... Tja, auf zum Never-Portal... Ach, ähm, ja, Never-Festung würd ich sagen. Ach du Scheiße, Alter. Wie viel hier einfach nur liegt. LOL! Hä, Sven? Dein Pool hat überlebt, ne? HÄH?! Das TNT ist da drin nicht explodiert, wegen dem Wasser. EGAL! Warte, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's! Party hard! Party hard, Jungs! LoL! Die muss man alle einzeln aktivieren, leider. Ist ja echt scheiße. Pool hat überlebt, ich fasse es. Unter Wasser kann auch TNT nix anrichten, leider. Bestimmt. EGAL, lassen wir das einfach mal. Gucken, danke. Ähm... Hier war die Arena... Wo war die Arena? Die war... Die war da! Da vorne war sie. Hier. Hier, wo der Creeper steht. Ja. Krass, Junge. Warte mal, hier hat noch was überlebt. Das mag ich nicht. Leu. Tja... So und schnell, kannst gehen. Ich hab mir extra nochmal die Folgen extra vorher noch reingezogen. Vor dem Finale. Tja und jetzt. Hier war der Krater, unser Anfangskrater. Und unsere Base ist da hinten. Wir hätten das von hier auch noch so machen sollen, alter. Ja. Ach, so schön. Ich geh die Hühner-Batterie sprengen. Warte, wo war die? Ach, so schön. Ich geh die Hühner-Batterie sprengen. Ich hab mich hier grad gar nicht zurecht. So Leute, wir werden das jetzt ja auch noch alles weg springen, unsere Base in der Höhle. Nein, Alter, das darfst du nicht. Doch, das mach ich gerade. Nein, das ist das geheiligste Ort. Ne, das mach ich aber gerade alles hier. TNT voll. Da wird's schon ne schöne Linie nach oben gehen, weißt du was ich meine? Ach ja. Ach, hier geht's wieder runter, dachte. Das muss einfach geschehen, Sven. Sonst werden wir niemals loslassen können davon. Du hast doch den, der eben vorhin rumgeheult hat. Ich will nicht. Ja, ich will auch nicht, aber trotzdem. Deswegen müssen wir ja alles weg springen, sonst kommen wir nie davon los. Aber ich hab kein Problem damit. Okay. Ja, das ist ja so ein gehuldigter Ort. Ach, sein. Weil der ist so fieb, weil du hinlern schon. Stirb, Hühner-Batterie. Stirb! Tja, und nun sieht es hier ganz anders aus. Viel gräumiger finde ich auch. Vielleicht geht's ja irgendwo weiter. Ach, das bist du da oben. Komm mal kurz zu unserer Base. Hier sieht es jetzt viel gräumiger aus. Genau den Weg, den du... Den man normalerweise nimmt. So, da runter. Da runter jetzt hier. Viel gräumiger finde ich. Also ist doch viel besser geworden. Und hier stand unsere Workbench. Weißt du, ich erkenne den Ort einfacher noch, ne? Ja, ich auch, Alter. Dass das hier so der Ort ist. Ja, da oben zum Beispiel diese Höhle. Dann hier noch dieser Nebengang. Alter, das sieht man einfach noch. Tja, so schnell geht's. Jetzt fliegen wir mal schnell rüber zum... Das darf nicht so sein. Ja. Das darf auch wirklich nicht so sein. Sorry. Wir bauen das jetzt... In der nächsten Season bauen wir das hier alles wieder nach. Nein, wir bauen das einfach wieder auf. Genau. Genau so wie das vorher war. Ja. Ähm. So jetzt... So, jetzt erkenne ich's nicht mehr. Nicht hier raus. Ach wie. Ähm. Werkzeuge. Lüder Zaubertechnik kaputt. Ach du, hier ist ne Nether. Jo. Ich bin auch schon da. Das ist spannend. Alter. Was ich jetzt machen würde. Wie schnell man... Den fuck den ganzen Weg, Alter. Okay, wir treffen uns in der Mitte. Ja. Wir fangen da hinten an. Warte, ich will mal wissen. Ich meine, wenn schon. Wir haben jetzt noch 11 Minuten zum Aufnehmen. Ja, erstmal Speicherplatte gucken. Boah, wir haben einfach gedacht, das war doch nicht so lange, ne? Ja. Ja, mit dem Wegspringen ist es halt, ne? So das Problem. Ja. Boah, hier wird's auch ganz anders aussehen danach, Alter. Wir waren aber auch gar nicht so oft hier, oder? Ey, pass auf auf das Feuer ohne Witz. Ich weiß wirklich oft hier. Pass auf das. Das zündet das nicht an. Das zündet das nicht an. Ah, gut. Dann hab ich schon getestet. Die Hölle ruckelt ja jetzt schon bei mir. Echt? Aber wir machen nicht ganz in dieser Pestung, oder? Nur den vorderen Bereich. Ja. Ja, halt da, ne? Wo wir so am meisten waren. Auf jeden Fall die Lohns waren auch noch. Ja, quasi nur der vorderen Bereich. Ja. Wo geht's denn noch? Ach, Alter. Flieg halt schon mal zu den Lohnen. Und fang von da aus an. Äh, die Lohnen waren. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö in unsere zerstörte Welt Ich glaube die wird sogar ein bisschen länger als eine Stunde Oder? Ich weiß es gar nicht, das könnte knapp werden Warte ich nicht in den Weg, keine Lava ist schon in meiner Sicherheit Ich weiß nicht wie das Lava ist, Lava das anzunehmen Weiß ich auch nicht Ich weiß gar nicht, ja doch wir werden den Weg wieder zurück finden Ich wollte schon sagen, finden wir eigentlich wieder den Weg zurück Aber wir müssen ja nur der zerstörte Route Der zerstörten Route folgen, Junge Das wollte ich sagen Und ich bin genau da lang gelaufen, wo doch da wohl Okay, Lava zündet das nicht an Und zuerst bleiben wir schon vorbei mit der Festung gewesen Auf jeden Fall gehen wir dann noch ins End, ne Sven Was? Was? Ich bin ja direkt wieder so Was? Kein Sinn für Mode, Junge Ich sag's euch Ich hab gedacht du meinst es ernst Ich hab doch gelacht So ich bin jetzt schon da Oh ich bin falsch gelaufen Ach da bist du Ach da bist du War's das? Okay Hast du alles? Warte wir gehen einfach den Weg zurück Wir fangen einfach dahinten Na dann wissen wir auch genau wo das ist Okay Guck ich hab das hier halt lang gezogen Na ja So dann gibt das hier den Knick Guck Das war ein Wuterskelett Erstmal klatschen Warte wenn das jetzt Ja ist mal ohne Spaß wenn das jetzt so ein Kopf droppt Nee Kohle Warte ich hab grad gedacht ne Ich hätte echt gesagt Ach Lohn Na Herren Alles klar bei euch Find das jetzt an ne Warte wo Nee Warte Wo bist du? Im Blaze Spawner Bei welchem? Einfach der Spur Einfach der Spurfolge Warte Warte Es geht los Do it In 3 2 1 Erstmal raus hier alter Schnell Aua Alter 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 Die Explosion ist schneller als ich Kommt der Explosion nicht hinterher ne Nee ich will ja auch gar nicht hinterher kommen Ich will gucken was wir hier alles anrichten Ach du scheiße alter Guck wie schnell das Lava hier fließt Da kannst du mal sehen Das fließt genauso schnell wie Wasser jetzt hier Guck mal Das fließt voll krass schnell Wo ist denn Alter Ich da oben hin Da oben WTF Genau deswegen wollte ich den Es ist da hinterher Alter Aber dafür kriegen wir schon ein XPchen hier Immer nur die zerstörten Folgen Immer nur die zerstörten Folgen Da hinten Ah ich hörs noch Ich hab die Explosion gesehen Siehs noch Da ich hab's ja wieder gesehen und gehört Da ich bin da ich bin an der Explosion Äh Siehs kurz schon Was soll das Was So ja nun nicht ja Das ist erstmal alles hier Da hinten hat noch ein bisschen So Junge Oh oh Baaah im unteren ist das netter Portal aus Was Nö das hat ja nicht ganz hier alles Aber wir könnten das ja schön machen So Alter Alter Wie heftig das ist Geht das jetzt von der anderen Seite auch aus Wenn ich das jetzt hier jetzt mache Ist das aus bei dir? Hm Gott nicht Gott nicht ja Okay Ich geh mal rein So Landschaft wird da runterge- Aua WTF Ich wollt eigentlich gucken Dass du da nicht mehr lang kommst Hehehe Ach erstmal alles anzünden Junge Ich könnte erstmal einen Waldbrand stiften Junge Achja hier Was ist denn jetzt hier nochmal gewesen? WTF Ich bin voll unorientiert jetzt Hier war glaube ich eine Farm von Ja hier war deine Farm Weil hier der Riss ist Alter Ich bin voll unorientiert wenn ich ehrlich bin Ein Waldbrand wenn's regnet läuft bei dir Ach stimmt Egal lassen wir das mal Na ja Wurde ich langsam beenden wir auf die Folge oder? Für vier Minuten haben wir noch Was wir jetzt machen Weiß ich nicht Hey da ist ne Witch Junge die muss sterben alter Ich sag's ja Entschön wir kommen mit TNT Entschön wir kommen mit TNT Was hast du denn gedacht? Jetzt kann man ja Ach komm die kommt doch nicht mal raus alter Ich komm wir brauchen die richtig ein Ja man So richtig ekelhafter Tod Und von oben gucken wir rein Ja Sowieso Vor Video schlagen Rolle Bäh Ich weiß was ich jetzt mache Eine Sache mache ich Was denn? Ich werde mich jetzt von hier aus nach ganz unten graben Boah ja man Ich mach das auch neben dir am besten Boah alter ich sehs schon jetzt schon vor Oh Diamanten Ich sehs schon vor mir alter Boah ich spring grad durch die Lava Lava Seh nix mehr Ich auch nicht Außerdem sind wir jetzt beim End ne Alter Hä Die Lava ging ins Ende Oh fuck Ne wir haben uns doch weiter gegraben Ich hab Ich hab's zum Glück noch aufgehalten Nein ich mein Lava Ja Ich mach das gerne für dich zu Du kannst gerne runter springen jetzt Äh Wie war das denn? Oh Scheiße Okay War der hinten oder? Was geht ab hier mein Stück Ja jetzt stell ich mich Alter du Sven ne Boah Junge Lass mich doch in Ruhe Oh wie ich an dir vorbeiziehe Ah stimmt doch gar nicht Lass mich Lass mich Nein TNT weg ist Ich bin Ich bin Trotz Dings Aber wir ziehen das jetzt bis nach ganz oben Du wolltest bis nach ganz oben ziehen Ich wollte das Ich wollte dich aber da drinnen lassen Guck ob wir Diamanten sind Ne Nein Kein Erfolg Junge Sogar dabei nicht So auf welcher Höhe sind wir denn hier? 13 Perfekt sogar Äh du bist auf Höhe 14 Sven so nicht ja Was mir egal mir das ist Okay Oh hier ist sogar ne Höhle von uns Was? Oh alter Lass mich schocken ne LOL Wann bist du mir eigentlich hinterher gekommen? Weis ich nicht Um das da zu tun was ich gerade tue Boah wie das direkt aussieht Ja was denn? Was ist denn? LOL Ist das nicht dein Ernst oder? Siehst du so findet man ein Diamant Das ist ein Stripler Eingang von uns hier Alter Wie geil Achso genau hier ne War hier Ja Ja warte Hier War Eisen Dann hab ich das weg gemacht Und hier war ein Diamant Ja wie geil Guck mal das Skelett Guck mal das Skelett alter erstmal einsperren Ach so geht's auch Boah Ach Obsidian ja Man kann aber mit nem Feuerzeug Dienemid anzünden ne Rüben oben Echt? Jo Ach da Ich muss sagen Ich muss sagen wir hatten echt einen Ort Das war echt ein Ja Ne gute Sache Wir hatten was besseres hätten wir gar nicht erwischen können Wenn ich ehrlich bin So Lass mal das TNT anzünden noch hier Das war schön Ja das war wirklich schön Leute Und damit Zwar steht auf dem Timer 30 Sekunden aber Ja Ich Ich will eigentlich gar nicht aufhören mit dem Projekt wenn ich ehrlich bin Was will Willst du jetzt hier nochmal von vorne anfangen oder was Ja ich fang jetzt nochmal von vorne an Also Standard Minecraft Leute Game Mode Survival So da werfen wir alles weg was wir jetzt hier nicht brauchen Ja machen das jetzt einfach weg und gehen dann Holzfarmen ja Ja Und bauen uns halt Aua nein Bitte nicht Bitte nicht Aua Läu So da sind wir auch schon gespawnt Hier war auch die Arena wo ich gerade gespawnt bin Hm So dann Wo war die jetzt da hinten Ja da wo ich war halt So dann gehen wir erstmal in den Wald Leute Holen uns ein bisschen Fichtenholz ja Mit 64 Level Und Ja Dann machen wir Stand in Minecraft Hier war früher meine Farm übrigens von den Tieren So fangen wir an Let's play Minecraft Wischte Singleplayer in einer Multiplayer World Vielleicht willst du ja auch mitmachen Sven willst du mitmachen Okay Dann let's play Minecraft Singleplayer Und wir fangen jetzt an Machen uns jetzt eine geile Workbench Och hier ist Feuer Das ist Aua Das kommt aber ganz selten vor Das Feuer In der Natur frei Freien Lauf Wasser Du bist die menschliche Fackel So versuch mich mal jetzt anzuzünden So Jetzt So So Was denn? NEIN Weg 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 Das finde ich nicht nett Ich will doch nur Croft NEIN Meine Croft ich muss sie mitnehmen Ich muss sie mitnehmen NEIN Und ich bin nicht tot Aua Ein Pfeilschaden doch noch Aua Oh man Ich hab zwei Erde und vier Sticks immerhin Oh man Egal zwölf Redstone fucking Wuuuuhuuu Warte warte ich hab ne Idee Warte Ich hab ne Idee Hä? Warte 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 Bäm Warte Was ist die Junge. Mit Kettenrüstung, Alter. Ich dach's dir. Aua. Scheiß doch weh. Nein! Bäm! So, spawn mal. Sven, warum tust du sowas? Aua, überlebt. Bäm, bitch. Nein! Nein! Erstmal abbauen, alles. Oh, das macht gar nichts. Aua! In die Explosion rein! Bäm! Was? Ich, ich, ich auch immer. Jetzt. Aua. Bäm! Oh fuck. LoL! Jetzt komm ich mir wirklich nicht mehr weg. Alter, halbes Herz, Junge. Sagste. Nein! Ich komm hier wirklich nicht mehr weg. Das war der Plan. Okay. Leute, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bei diesem Special von der hundertsten Folge. Und, und ja. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Wie tief ist es eigentlich? 13! Höhe 13, wenn ich sterbe. Hier müssen Diamanten sein schon. Also, Leute. Haut rein, Leute. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Season wieder. Mal nochmal. Und, ich hoffe. Oh. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und ich hoffe, bis dahin haben wir auch mehrere Abonnenten, die unsere Minecraft-Sachen schätzen. Es war sehr geil, finde ich. Sven, hat's dir Spaß gemacht? Ja, Mann. War's das? Ja, Mann. Mir hat's überhaupt nicht Spaß gemacht. Ich hasse eigentlich dieses Projekt. Ich wollte das nicht machen. Sven hat mich überzeugt. Ja. Also habt ihr das alles mir zu verdanken. Ja. Nein, Spaß. Ohne Witz. Ich freue mich schon auf die nächste Season. Und jetzt ist es schwer, Abschied zu nehmen. Wirklich. Also für mich ist es ein bisschen schwerer. Haut rein! Genau, haut rein. Auf jeden Fall, Leute. Haut rein. Und wir sehen uns in der nächsten Season wieder. Mit Sven. Vielleicht auch mit noch ein paar anderen Leuten. Vielleicht werden wir bis dahin irgendwelche gefunden haben. Und haut rein. Ciao. Ciao. Ähm. Jetzt. Jetzt. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss.